Ich gebe hier den Beitrag von Dr. Ying-Duan Yang vom 11. Mai 2024 aus Epoch Times, etwas geringfügig geändert, wieder. Im Zuge des Alterns lässt die Fähigkeit des Körpers nach, Schäden an Zellen und Geweben zu reparieren, was zu einer geschwächten Abwehr gegen Krankheiten führt. Eine weitere Herausforderung des Alters ist der natürliche Rückgang des Taurin-Spiegels im Körper. Diese Beobachtungen haben Forscher dazu veranlasst, die Rolle von Taurin bei der möglichen Verlangsamung des Alternsprozesses zu untersuchen. Neueste wissenschaftliche Studien, insbesondere an Tieren, liefern beeindruckende Ergebnisse über die potenziellen Vorteile von Taurin. In einer 2023 in der Fachzeitschrift Science veröffentlichten Studie wurden mittelalte Affen, die einem Menschenalter von etwa 45 bis 50 Jahren entsprechen, sechs Monate lang mit Taurin behandelt. Die mit Taurin versorgten Affen zeigten eine Zunahme der Knochendichte sowohl in der Lendenwirbelsäule als auch in den Beinen. Darüber hinaus verzeichneten sie einen Rückgang des nüchternen Blutzuckers um 19% sowie eine Reduktion von Körpergewicht und Fettanteil. Außerdem sanken die Blutwerte für zwei wichtige Leberenzyme Aspartat-Aminotransferase und Alanin-Aminotransferase um etwa 36% bzw. 20%. Diese Enzyme können Hinweise auf Leberschäden geben. Trotz dieser ermutigenden Daten war die Studie auf einen relativ kurzen Zeitraum begrenzt, was eine Untersuchung der Auswirkung von Taurin auf die Lebensdauer der Affen ausschloss. Dies hat die Forscher veranlasst, weitere Langzeitstudien zu planen. In einem ähnlichen Forschungsansatz wurde Taurin auch an Mäusen getestet, die ein menschliches Alter von etwa 45 Jahren hatten. Diese Tiere erhielten Taurin bis zu ihrem natürlichen Lebensende. Die Ergebnisse zeigten, dass die Taurin behandelte Mäuse im Vergleich zur Kontrollgruppe eine Lebensverlängerung von 10 bis 12% erfuhren. Diese Ergebnisse unterstreichen die Hypothese, dass Taurinmangel ein wesentlicher Faktor im Alterungsprozess von Mäusen ist und dass eine Ergänzung mit Taurin potenziell die Lebensspanne verlängern kann. Darüber hinaus verbesserte Taurin bei den Mäusen weitere Gesundheitsindikationen wie Muskelkraft, Koordination und Knochendichte. Es trug auch zu einer Verbesserung des Gedächtnisses bei, reduzierte Angstzustände und stärkte das Immunsystem. Diese vielversprechenden Ergebnisse aus der Tierforschung werden ergänzt durch Studien in Menschen. Eine Studie, die 2022 in der Fachzeitschrift Nutrition veröffentlicht wurde, untersuchte die antioxidativen Wirkungen von Taurin bei Frauen zwischen 55 und 70 Jahren. Die Ergebnisse zeigten, dass Taurin den Abbau des Enzyms Superoxid Dismutase verhindern kann. Dieses Enzym ist entscheidend für den Schutz des Körpers vor oxidativen Stress, einem Zustand, der die natürliche Reparaturfähigkeit des Körpers schwächt und den Alterungsprozess beschleunigen kann. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Taurin möglicherweise als Anti-Aging-Ergänzungsmittel geeignet sein könnte. Allerdings sind weitere Studien erforderlich, um zu klären, ob die in Tierversuchen gewonnenen Ergebnisse auch auf Menschen übertragbar sind. Dosierung von Taurin als Nahrungsergänzungsmittel Taurin wird nicht als eine lebensnotwendige Aminosäure angesehen, da es vom menschlichen Körper selbst hergestellt werden kann. Für die Synthese von Taurin sind jedoch essentielle Aminosäuren notwendig, weshalb Taurin als bedingt essentielle Aminosäure eingestuft wird. Verschiedene wissenschaftliche Studien haben bestätigt, dass eine regelmäßige Einnahme von Taurin sicher ist. Was versteht man aber unter einer regelmäßigen Dosis? In einer Studie mit menschlichen Teilnehmern wurde eine tägliche Aufnahme von 1500 mg Taurin über einen Zeitraum von 16 Wochen als sicher bewertet. Trotz dieser Erkenntnisse existiert keine allgemeingültige Richtlinie für die optimale Dosierung von Taurin. Generell gilt, dass ein gesunder Erwachsener bis zu 30 mg Taurin pro kg Körpergewicht täglich sicher zu sich nehmen kann. Das bedeutet, eine Person mit einem Gewicht von 60 kg könnte täglich bis zu 1800 mg Taurin supplementieren. Es ist jedoch empfehlenswert, sich an die ärztlichen Empfehlungen oder die Dosisvorgaben auf der Produktverpackung zu halten. Wenn Taurin als Nahrungsmittelergänzung verwendet wird, ist das unbedingt einzuhalten. Erwägungen zur Verwendung von Taurin Bestimmte Personengruppen sollten kein Taurin einnehmen. Dazu gehören schwangere oder stillende Frauen, Menschen mit Herzinsuffizienz und solche, die allergisch auf Taurin reagieren. Für die meisten Menschen ist die regelmäßige Einnahme von Taurin sicher. Es ist jedoch immer ratsam, vor der Einnahme eines neuen Nahrungsergänzungsmittels Rücksprache mit Ihrem Arzt zu halten. Die Aufnahme und der Stoffwechsel von Taurin variieren von Person zu Person. Eine übermäßige Supplementierung von Taurin kann zu bestimmten Nebenwirkungen führen, wie Herzklopfen, Atemnot, Schwindel, Muskelsteifigkeit und Fieber. Auch Sehprobleme wie verschwommenes Sehen, eingeschränktes Sehfeld und Augenschmerzen können auftreten. Für Personen, die andere Medikamente einnehmen, gibt es keine bekannten, schwerwiegenden oder moderaten Wechselwirkungen mit Taurin. Allerdings kann Taurin leichte Wechselwirkungen mit einigen Medikamenten haben. Wenn Sie besorgt über diese Wechselwirkung sind, besprechen Sie diese mit Ihrem Arzt. Zusätzlich können viele Lebensmittel und Getränke zugesetztes Taurin enthalten. Daher sollte beim Konsum von Taurinpräparaten auf dessen Präsenz in anderen Nahrungsmitteln geachtet werden. Nicht zuletzt ist es entscheidend, auf die Quelle und die Qualität der Taurinprodukte zu achten. Nun noch einige persönliche Hinweise von mir, die sich aus meiner jahrelangen Erfahrung und den Rückmeldungen von Anwendern des AgileClear ergeben haben. Taurin, genauer gesagt L-Taurin, kann auch über regelmäßige Injektionen aufgenommen werden. Ich habe ca. 10-jährige eigene Erfahrung damit, zu meiner monatlichen hochdosierten Vitamin C-Infusion jeweils L-Taurin injiziert zu bekommen. Das scheint mir gut zu bekommen. In dem sehr bemerkenswerten Buch Mitochondrien von Dr. S. Semet Bodo Kuklinski können wir bezüglich Mitochondrien sehr viel lernen. Ein außergewöhnliches Buch eines außergewöhnlichen Arztes. Zu L-Taurin finden sich zahlreiche Hinweise darin. Neunmal wird auf Taurin in dem über 500 Seiten umfassenden Werk von Kuklinski eingegangen. Also, Taurin hat sehr viel mit unserer Energie in unseren Zellen zu tun. Diese Energie und somit unsere Leistungsfähigkeit zu erhöhen oder zu normalisieren, kann von großer Bedeutung für unsere Konstitution, Lebenserwartung und Lebensqualität sein. Daraus habe ich jenseits von Taurin den zusätzlichen Zusammenhang zu Agilcare hergestellt. Jede Einschränkung unserer Zellenenergie oder der Leistung der Mitochondrien ist mit einer mikrobiellen Belastung auf Zellenebene verbunden. Diese Erkenntnis ist für Agilcare-Anwender nicht neu. Somit lautet zur Option der Nahrungsergänzung L-Arginin meine Empfehlung zu folgenden Agilcare-Anwendungen. Quellencode-Index C532, ich wiederhole, C532 und die Anwendung lautet Energie, Vitalität. Und Quellencode-Index WEI65, ich wiederhole, WEI65 und die Anwendung lautet Mitochondriale Erkrankungen. Beide Anwendungen sind noch nicht sehr lange in unserem Anwendungskatalog zu finden. Doch haben wir bereits zahlreiche Rückmeldungen zu verbesserter Lebensenergie, Lebensqualität bei mehrtägiger Durchführung von den Anwendern registrieren können. www.doronほ.de.